Musik Hey meine Leute, was draußen ist, ich bin's Jan von Beides Tonight und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute haben wir mal wieder Tops Magitex zur Bundesliga am Start, die brandneue Serie zur neuen Saison. Heute ein Multipack, wie gesagt, 5 Päckchen haben wir hier drin, ein goldenes Päckchen mit einer limitierten Karte, wie draußen schon draufsteht, das sind die drei, die wir bekommen können, Modest, Kovnatski und Rebisch. Das ist tatsächlich auch schon das zweite Video, was wir drehen, beziehungsweise das zweite Multipack, was wir öffnen. Das erste findet ihr oben in der Infokarte, genauso wie Display, Opening, Starter Pack und so weiter, wie ihr das gewohnt seid. Falls ihr neu seid, Abo nicht vergessen, hier gibt es regelmäßig Videos zu den brandneuesten Serien von Fußballserien, manchmal auch Football, heute also ein Multipack. Ich würde sagen, wir öffnen es gleich mal und ich würde auf jeden Fall sagen, es wird sehr, sehr schwer sein, das erste Multipack, was wir geöffnet haben, zu toppen. Ich denke, wir haben das Maximale da rausgeholt. Wenn ihr das Video gesehen habt, dann wisst ihr, was ich meine, ich will aber nicht zu viel spoilern. Das Multipack-Pack lege ich mal weg, das öffnen wir als letztes. Und jetzt haben wir die normalen Fünferpäckchen, alle diese Karten können drin sein, Starspieler, Clubkarten, Matchwinner, Club 100 oder sogar eine extra Limit, eine zweite Limit im Multipack. Neben der Garantierten wäre natürlich heute auch mal wieder nice. Also, Fünferpäckchen, ich hoffe, wir ziehen was Gutes, ich hoffe, wir bekommen ein paar coole Specialkarten. Beim letzten Mal hatte ich ein Basispack da drin, das kann ich euch versprechen, ich hoffe, das haben wir heute nicht. Als erstes Clubkarte, Hertha BSC, das ist unsere erste Specialkarte. Dann haben wir hier Schlager, heißt der eigentlich Schlager? Ich weiß nicht, Schlager, von Wolfsburg. Da haben wir Weidand von Hannover, Kovnatsky, den können wir als Limit bekommen, hier als Basiskarte. Und dann noch Daniel Bayer von Augsburg. Zweites Pack, geht besser, aber war schon in Ordnung. Immerhin eine Specialkarte. Da haben wir Free Digital Pack, wir haben unsere Specialkarte von Mainz, es ist Levin Öztunadi als Starspieler. Die erste Starspielerkarte in diesem Pack Opening. Ich finde, die sehen sehr, sehr nice aus. Patrick Herrmann, dann haben wir Choi von Karlsruhe, Staffelides und Harit. Und hier bei den, ich kann euch versprechen, also sobald ihr Marco Reus sieht, hat einmal eine 90er Bewertung, was schon stark ist. Aber der Hintergrund, der ist hier nicht so rotschimmernd, sondern der ist einfach Gold. Der ist Gold, Leute. Das sieht so edel aus, das sieht so geil aus. Das ist eine meiner Lieblingskarten in dieser Serie, muss ich sagen. Da gibt es leider nur eine für uns, weil Dortmund die einzige Mannschaft mit gelber Farbe ist, gelben Trikot. So, und wir haben Basepack, Leute. Wir haben wieder ein Basepack, Akanji. Dann haben wir Hack von Nürnberg, wir haben Marco Reus, Bargfrede und Gondorf. Also Basepack, nicht so toll, aber mit dem anderen Multipack war ich auch mehr als zufrieden. Und ihr wisst, da hatten wir auch ein Basepack. Mal schauen, was wir heute haben. Also, als nächstes, hier die Specialkarte, Leipzig. Und wir haben die Club Aloner Karte. Club 100 Pausen. Nice, Leute. Also, zwei Multipacks, zwei kranke Multipacks. Yusuf Pausen, Club 100. Ich freue mich über die Club Aloner Karte, dass es Pausen ist, weiß ich nicht. Zabitz haben wir da noch. Atik, Onisivo und Risse. Also, Pausen, nicht unbedingt einer meiner Lieblingsspieler. Ich verstehe auch nicht ganz, warum der eine Club Aloner Karte hat. Aber, das ist eine andere Sache. Auf jeden Fall eine Club Aloner Karte. Ist richtig nice. Und hier haben wir jetzt unser Pack mit der exklusiven Linie. Die ist am Ende. Ich habe extra so aufgemacht, damit man hinten nicht sieht, welcher Verein es ist. Wir werden es mal langsam aufmachen. Das letzte Mal hatten wir noch eine andere Specialkarte drin. Das wäre auch nice, wenn es heute wieder so ist. Wir haben Paderborn mit Strodig. Ich glaube, Kapitän sogar. 58 ist nicht die beste Bewertung, aber naja, Aufsteiger. Gebre Selassi von Werder Bremen. Dann haben wir von Leipzig einen Mittelfeldspieler. Und zwar Kevin Kampel. Und dann haben wir jetzt, das letzte Mal war die umgedreht. Da war, hier ist es, glaube ich, keine Specialkarte. Wir haben Ante Rebic. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Das ist die Karte, die ich auf jeden Fall unbedingt haben wollte. Ante Rebic von meiner geliebten Eintracht. Ich spiele da jetzt auf Leitbasis bei Mailand, aber das ist mir egal. Geile Karte von Ante Rebic. Sehr, sehr cool. Und die letzte Karte, mal gucken. Es ist eine Basiskarte. Gicevic von Union Berlin. Also das letzte Mal hatten wir noch eine Specialkarte drin. Das kann auf jeden Fall auch möglichst klein, das kann ich euch sagen, ans Herz legen. Vielleicht habt ihr da mehr Glück. Es war aber auf jeden Fall wieder ein gelungenes Multipack. Das kann ich sagen. Wir hatten wieder ein Baseback. Leider. Aber das kommt vor. Wir hatten eine geile Limi und dann noch eine Club 100 Karte. Schaut euch das an. Yusuf Pausen von RB Leipzig, die ja richtig gut gespielt haben letztes Jahr. Und ich habe ja eine Bundesliga-Prognose gemacht. Ihr wisst, wie das Ganze ausgegangen ist. Ich habe sogar gesagt, dass Leipzig die Meisterschaft holen wird. Ob das passieren wird, werden wir am Ende der Saison sehen. Ich sage nur, bisher haben sie ganz gut angefangen. Stehen auch ganz weit oben. Also mal schauen, ob es am Ende so klappt. Ich muss sagen, ich feiere das Team. Ich feiere die Spieler. Ich feiere, was die mit dem Geld machen, was sie haben, was sie aufgebaut haben. Aber natürlich den Verein an sich überhaupt nicht. Ähm, ja, feiere ich überhaupt nicht. Das ganze Konstrukt nicht. Aber das ist eine andere Sache. Das gehört hier nicht rein. Das war es mit meinem Multipack-Opening. Mein zweites Multipack. Mein zweites übertrieben krankes Multipack. Schreibt mal auch in die Kommentare, was habt ihr aus euren Multipacks rausbekommen. Weil es kann ja einfach sein, dass jedes Multipack absolut der Hammer ist. Das kann sein. Wir haben heute wieder keinen Matchwinner bekommen. Also, ich weiß nicht, ob es Matchwinner in dieser Serie, in diesen Multipacks gibt. Natürlich gibt es die. Ich hatte jetzt einfach in zwei Multipacks keinen Matchwinner. Das war es auf jeden Fall von mir. Und nimmt sich falsch. Die Karten, die ich bekommen habe, die nehme ich auf jeden Fall lieber als die Matchwinner. Aber das sage ich nur so. Oben rechts, das andere Multipack. Schaut euch das an. Wir haben den Club auf 100 gezogen, aber das andere Multipack war noch geiler. Das kann ich euch versprechen. Das war es auf jeden Fall von mir für heute. Schaut euch die anderen Videos auch an. Abonniert nicht vergessen. Und Däumchen nach oben. Wäre natürlich absolut mega. Das war es von mir. Wir sehen uns bald wieder hier bei Börse United. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.